hallo guten abend herzlich willkommen zurück bei shadow hearts covenant ich freue mich dass ihr geduld mit mir habt und wieder eingeschaltet habe ich habe gelesen mal im internet wegen rucklern und da gibt es wohl einiges also jemand hatte shadow hearts 3 gespielt oder ps3 und der hat immer so ruckler gehabt er oder sie hat geschrieben dass es wenn man die cd raus und wieder rein macht also wenn man die neu startet dann soll dann lief es bei ihm und bei vielen anderen auch bei anderen spielen war das wohl ähnlich ich konnte jetzt die cd nicht raus tun weil hier ist ja kein speicherpunkt gewesen deswegen werden wir jetzt erstmal so weiterspielen ich werde dann sämtliches wo es irgendwie hängt werde ich dann diese sekunden raus katten müssen damit es für euch ein flüssiges ja guck ein flüssiges gucken weiterhin ist deswegen wundert euch nicht wenn da manchmal einfach so ein schnitt ist und sie ist dann völlig woanders dann hat das nachgezogen okay dann gehen wir los oh da kann man hin oh Das sieht aus, als ob sie sich in den Kopf gebrochen hat. So, also, jetzt müsste eigentlich die Karen auch mal ein Level abhaben. Ja, jetzt funktioniert das. Ich habe jetzt echt noch gedacht, dass das auch noch hängt. Ich habe echt an mir gezweifelt. Dann hier mal die nächste Stolperfalle. Oh, Karen! Oh, da habe ich ja gar nicht drauf geachtet. Wir müssen die Karen heilen. Ich war zu mit meinem, mit meinem Hängen-Problem. Okay, wir müssen jetzt erstmal die gute Karen heilen. Karen, oh, Karen. Karen, König. Die Kirche ist jetzt nicht mehr, die Kirche ist jetzt nicht mehr weit. Ich muss sie doch heilen. Hallo. So, ich mache jetzt mal schnell. Oh, ich mache jetzt mal schnell. Kontingent 2. Kontingent 2. Die Kirche ist jetzt nicht mehr. Vorsichtig, Leutnant. Da ist irgendwas los. Das Dorf sieht noch seltsamer aus als vorher. Vielleicht hat dieser Dämmen und Verstärkung gerufen. Danke für die Warnung, Feldwebel. Ihr Leute wartet hier. Der Leutnant und ich gehen hinein. Die Kirche ist jetzt nicht mehr, da sind 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 nicht mehr. Stop. Es ist gefährlich, zu gehen jetzt. Aber warum? Er hat Kupf. Show your true self, demon of Domrenny. Ist das eine Leutnant? Ich wollte dich treffen, Gott-Slayer. All diese zämmen Soldaten außerhalb. Du bist derjenige, die sie töten? Das stimmt. Ich habe keine Beziehung, was hier passiert. Gib mir die Frau. W-What's going on? Komm her! If you can. You... Give me Jean. N-Nikolai? Lenny! You're late again! Ha ha ha! Relax! I had a stubborn sergeant to deal with. Stop right there. One dumb move and the girl here dies. Go ahead. Then you'll die next. I wouldn't expect any less. That's exactly what makes my long search for you worthwhile. You've been looking for me? I was ordered by the Lord to destroy a certain traitor. A man who brought God down from heaven and tried to lay waste to the world. But before I could, a man with the power of a demon defeated that traitor and the God he had brought down from heaven with him. Yes. It was you who did it. I'm glad to finally meet you. The man who stole my prey from you. But before you grow into a problem for me like that traitor Albert Simon, I'll root you out like the weed you are. Who are you guys? We are Sapientes Gladio. We alone possess the light of new hope to guide us through the 20th century. Never heard of you. That's fine. Once we destroy you, God Slayer, the world will learn our name. Your life will be our ticket to renown. Nein! Huh? And your soul will be brought back into God's grace by the power of the Holy Mistletoe. Nikolai! Hey there, is she changing sides on us? She's nothing to us. She's merely a tour guide. She'll die here along with the others. Who are you, really? It doesn't matter. Thanks for bringing us here. You might have made a fine ally. It's really quite sad. Let that girl go. Or else. Yeah, or else what? You gonna shoot her too? Huh? Huh? You brat! Huh? You brat! Huh? You brat! Huh? 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 How are you? Huh? How are you? What... the hell is this?! Nein, man hat uns nur zu sehen geklaut. Blanka, der Hund hieß Blanka. Sorry, das ist mir gerade so eingefallen. Hier, es ist noch warm. Danke. Mhm. He really likes you, doesn't he? Uh, yeah. We've been together ever since Papa died. Wow, up until now he's never taken food from anyone but me. I wonder if they'll come back. They will. Because they left soldiers alive in the town? I wonder what they want with the village anyway. Huh. Anyway, if they come back, this guy will let us know right away. Yep. Oh, so here you are. Grandpa! Jean, your mother is worried about you. Oh. Oh, that's good. Ew, that stinks. Are you drinking again? Don't be so hard on me. This is my one true pleasure. Well, better get to bed. Your mom's waiting for you. Oh, okay. Good night, Yuri. Good night, Grandpa. Good night. I'll see you in the morning. You too. Shouldn't you be turning in soon? After I have a few more drinks. Let me see that. Huh? Just a little sip. Hey, 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 give me that back. Oh, I can't believe it. Ah. That's good. Wonderful. Say, how long are you planning on staying in this village anyway, huh? I'm not really sure. What about you? How long are you going to stick with me? Yeah, I'm not really sure either. Lazy old bum. They're going to keep coming back. No matter how much you beat them, they always do. Yep. This war is not over by a long shot. We need... A safer place to stay. That's right. There is no safe place. Not around here. You know that, don't you? That's why I'm staying right here. I'll protect this village until I die. What's with you, huh? Sounds to me like you're just looking for a place to die. Well, you're wrong. I don't plan on throwing my life away, old timer, if that's what you're thinking. Is that so? Besides, my life isn't my own anyway. This life of mine was given to me by her. I don't care. I don't care. Ah! Ah! We can't go back. Don't worry about it. I barely managed to pull you out of that light in time. You can hardly walk. What happened to the village? The soldiers came and took the villagers away. No. Can you walk? We can't stay here. I'm feeling better. Don't push yourself. You barely survived. You're a lucky man. We'll head for Paris through the woods. I've got an apartment there. But, but, uh... If they find you, they'll kill you too, Miss, uh... Karen. Hmm. I'm Geppetto, the puppeteer. This here is Yuri. First, you have to think about surviving, right? Hmm? I'm fine. I told you I feel all right now. That mistletoe. Eh, we'd better figure out what kind of curse it put on you. Hmm. Sapientes Gladio. Yeah. Also, ich glaube, der... Ach, wir sind er jetzt. Ah, ja. Blanca. Blanca, dingst du sagen. Solltest du dich nicht noch etwas erholen? Wir werden uns tief in den Ardennen schlagen. Wir sollten uns vorbereiten. Oh, ich sollte dir das hier noch geben. Sie haben das Symbol Fokalur. Sie haben das Symbol Andras furfur. Oh, dieses Symbol hat magische Kräfte. Jeder kann sie benutzen, wenn er das hier hat. Man muss sich damit nur ausrüsten. Was hältst du davon? Super, oder? Ja. Was ist los? Hmm. Danke. Aber eher... Nein, danke. Ich brauche solchen Zaubern nicht. Ich kann meine Fusionen machen. Sicher? Ist ziemlich praktisch, sowas zu haben. Warte mal. Sag bloß, du willst das Ding nicht, weil du dir keine Zauberbesprüche merken kannst. Na, ist doch egal. Blanka und ich werden es dann benutzen. Au. Ah, sein Heulen war das. Verstehst du, was wir meinen? Au. Au. Wer hätte denn sowas gedacht? Symbol und Symbolmagie. Du kannst deine Charaktere mit den Symbolen, die du erhalten hast, ausstatten. Unter Symbolwechsel im Befehlsmenü. Ja. Damit kannst du die Magie der Symbole, die in jedem ausgerüsteten Symbol in der Wund nutzen. Juri kann keine Symbole ausrüsten. Ich? Nichts. Vielleicht ist es wegen dem Fluch, aber irgendwas ist komisch an dir. Au. Okay. Okay. Ich hab die Karin gar nicht dabei. Hä? Seelenenergie. Symbolmagie. Du hast niemanden, der Symbolmagie benutzt. Wohlwechsel. Hagelschnabel. Wasserklassen-Sonderschaden. D.K. Hagelschnabel. Fata Morgana. Das heißt. Erhöht Ausweichrate für einen Verbündeten. Windklassen-Sonderschaden. Lassen wir es erst mal so. Ich weiß noch. Fertig. Können wir los? Ja. Ich will es erst mal sagen. Ja. So. Ich speichern erst mal. Kann ich hier meine Gruppe ändern? Ringanpassung persönlich. Hä? Wo ist denn die Karin? Die Karin. Hm. Ich weiß nicht genau. Überschreiben erfolgreich. So. Ich würde sagen. Wir beenden erst mal für heute diese Folge. Denn ich würde mal gern ein bisschen rumprobieren, dass das nicht so bleibt. Dass es halt hängen bleibt. Weil das wäre echt beschissen und würde mir voll viel Arbeit machen, wenn ich da über die 10 Sekunden rauskatte. Ich gucke mal, dass ich das irgendwie hingefummelt bekomme. Ich habe schon irgendwas mit den irgendwelchen Herzanzahlen gelesen. Mal schauen, ob das klappt, weil ich hier noch einen Splitter dazwischen hängen habe. Ja. Mal gucken. Aber vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend. Bleibt gesund. Und wir sehen uns morgen hoffentlich ruckelfrei wieder. Tschüss.